Hallo, mein Name ist Erhard Pott. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Benke-Königsmann hier in Burscheid. Corona hat uns voll im Griff, gerade auch im Arbeitsrecht. Es werden immer mehr Fragen gestellt, was darf ich, was darf ich nicht, was darf mein Arbeitgeber, welche Ansprüche habe ich, nämlich Kurzarbeitergeld und so weiter, Krankengeld. Wir haben mal die wichtigsten Fragen oder die häufigsten Fragen zusammengestellt, um euch mal einen kurzen Überblick zu geben über den jetzigen Stand. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, könnt ihr uns gerne telefonisch anrufen oder aber auch per E-Mail. Wir antworten gerne. Einer der Fragen ist, haben die Arbeitnehmer Anspruch auf Vergütung, wenn der Arbeitgeber sie wegen Corona freistellt? Klare Antwort, natürlich ja. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer zu beschäftigen. Tut er das aus welchen Gründen auch immer nicht, die in seiner eigenen Macht liegen, hat der Arbeitnehmer selbstverständlich einen Vergütungsanspruch. Das gilt auch bei Freistellung. Was ist, wenn der Arbeitnehmer zu Hause bleibt, weil er Angst hat, sich mit Corona zu infizieren? In diesem Fall besteht der Anspruch nicht. Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer den Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Arbeitnehmer muss dieser Verpflichtung nachkommen. Hat er keinen triftigen Grund wie Krankheit oder Quarantäne, behördlich angeordnete Quarantäne, kommt er seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung nicht nach und hat deshalb eben keinen Anspruch auf Vergütung. Was ist mit Homeoffice? Kann der Arbeitnehmer verlangen, dass der Arbeitgeber ihm einen Homeofficeplatz einrichtet? Ein solcher Anspruch besteht nur, wenn es hierzu eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt. Das kann individualvertraglich, sprich im Arbeitsvertrag sein. Das kann aufgrund Tarifverträge oder sonstiger Betriebsvereinbarungen sein. Gibt es diese Vereinbarung nicht, besteht dieser Anspruch auf Homeoffice nicht. In heutiger Zeit, glaube ich, ist es aber gut, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich darüber verständigen, ob Homeoffice möglich ist, wenn ja, bei wem und wie das im ganzen Organisationsgefüge möglich ist. Was ist bei Corona-Erkrankungen? Welche Ansprüche habe ich? Habe ich Ansprüche auf die normale Vergütung, Krankengeld oder eben nach dem Infektionsschutzgesetz? Also, erkrankt der Arbeitnehmer an Corona, hat er den normalen, üblichen Lohnfortzahlungsanspruch wie bisher auch, bei jeder anderen Erkrankung, sechs Wochen Lohnfortzahlung, danach Krankengeld. Ist er an Corona erkrankt und erhält über eine Behörde ein berufliches Tätigkeitsverbot, sieht die Sache wieder anders aus. Er bekommt, der Arbeitnehmer bekommt dann zwar auch sechs Wochen seine Vergütung weiterbezahlt, aber nicht nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz wie bei anderen Krankheiten, sondern nach dem Infektionsschutzgesetz. Das bedeutet, auf der anderen Seite für den Arbeitgeber, dass er in Vorleistung treten muss, die sechs Wochen weiter bezahlen muss, genau wie bei jeder anderen Erkrankung, aber er auf Antrag für diese sechs Wochen die Vergütung zurückerstattet bekommt. Das aber nur, die Rückerstattung funktioniert nur auf Antrag des Arbeitgebers. Diesen Antrag muss er stellen bei der jeweils zuständigen Bezirksregierung. Besteht lediglich ein Verdacht, dass ein Arbeitnehmer an Corona erkrankt ist oder mit Corona infiziert ist, und die zuständige Behörde beteilt ebenfalls ein Beschäftigungsverbot, gilt auch hier die Lohnfortzahlung nach Infektionsschutzgesetz. Der Arbeitnehmer erhält sechs Wochen Lohnfortzahlung über den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber seinerseits kann sich das Geld dann wieder über die zuständige Behörde zurückholen. Gleiches gilt im Übrigen, wenn für den Fall der Quarantäne, also Gleichbehandlung in diesen Fällen immer wieder Antrag stellen des Arbeitgebers zur Erstattung der Lohnkosten. Was ist bei behördlicher Betriebsschließung? Hat der Arbeitnehmer, der dann ja nicht mehr zur Arbeit kommen darf, einen Vergütungsanspruch? Auch hier ist es so, dass der Arbeitnehmer einen Vergütungsanspruch hat nach dem Infektionsschutzgesetz. Vom Prinzip läuft es genauso wie vorher auch, dass der Arbeitgeber fortzahlt, den Lohn fortzahlt und sich auf Antrag dann die Vergütung zurückholt über einen Antrag bei der Bezirksregierung. Was ist, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund von Corona verboten wird, seiner Tätigkeit nachzugehen? Also er nicht unter Quarantäne steht, aber er nicht arbeiten darf. Auch hier hilft das Infektionsschutzgesetz. Auch hier hat der Arbeitnehmer einen Antrag auf Entschädigung. Er wird weiter bezahlt über den Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat auch hier den Anspruch aus dem Infektionsschutzgesetz und kann sich auf Antrag die Vergütung wiederholen. Anträge sind zu stellen bei der jeweiligen Bezirksregierung. Neues gibt es für den Fall, dass man indirekt oder mittelbar nur von Corona betroffen ist. Ich denke hier an die Fälle, dass die Kinder nicht in den Kindergarten und in die Schule gehen dürfen, weil die Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Bisher war es so, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmer sich selbst organisieren mussten und nur wenn sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben und es trotzdem nicht möglich war, die Kinder irgendwo unterzubringen, der Arbeitgeber für, man weiß es nicht genau, drei bis fünf Tage verpflichtet war, das Arbeitsentgelt fortzuzahlen. Diesen Anspruch hat man aus § 616 BGB abgeleitet. Nun ist es aber so, dass ein neuer Paragraf in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden soll. Das ist momentan noch nicht verabschiedet, aber wir alle gehen davon aus, dass dies so schnell wie möglich in den nächsten Tagen geschieht. Danach steht den Eltern von Kindern, die nicht in die Kita und in die Schule gehen dürfen und deswegen zu Hause bleiben müssen, ein Anspruch auf § 56 1a Infektionsschutzgesetz zu. Sie erhalten dann, wenn sie verheiratet sind, 67% und alleinstehende 60% des bisherigen Nettoeinkommens. Maximal 2160 Euro. Was ist mit Urlaub und Überstunden? Kann der Arbeitgeber einseitig Urlaub und Überstunden anordnen? Nein, kann er nicht. Ganz klare Regelung, da hat sich auch nichts dran geändert. Der Arbeitgeber darf zwar in gewissem Umfang Überstunden anordnen, aber da ist er auch an die bisherigen Regelungen gehalten. Also keine übermäßigen Überstunden, dies geht nur im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer. Gleiches gilt für Urlaub. Auch hier kann der Arbeitgeber nicht einseitig Urlaub anordnen. Auch dies ist in Abstimmung mit dem Arbeitnehmer vorzunehmen. Hier hat sich also an der bisherigen Regelung nichts geändert. Viele Betriebe müssen schließen, weil sie nicht mehr auf dem Markt aufgrund der Verordnungen, die die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern erlassen hat, Publikumsverkehr mehr führen dürfen. Und da stellt sich die Frage, was mache ich mit den Arbeitnehmern? Muss ich sie entlassen oder kann ich über Kurzarbeitergeld arbeiten? Im Moment ist es so, dass Kurzarbeitergeld beantragt werden kann, ganz klar. Es muss jedoch in dem ersten Monat beantragt werden, das Kurzarbeitergeld, in dem die Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen sollen. Also für den Monat März, im Monat März, beziehungsweise April und so weiter. Der Arbeitgeber tritt mit dem Kurzarbeitergeld auch hier in Vorlage. Er stellt einen Antrag auf entweder 100% Kurzarbeitergeld oder auch er kann das abstufen, je nachdem, wie es in seinem Betrieb notwendig ist. Der Arbeitgeber schießt das Kurzarbeitergeld vor und bekommt es dann hinterher über die Bundesanstalt für Arbeit zurück. Entsprechende Anträge sind auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit erhältlich, beziehungsweise können dort ausgefüllt werden und auch dann per E-Mail an die jeweilige Behörde übersandt werden. So, mit welchen Leistungen können Arbeitgeber beim Kurzarbeitergeld rechnen? Was ist auch in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz zu beachten? Klarer Fall, wir haben Kurzarbeitergeld, das beträgt lediglich 60% des Nettoeinkommens. Dabei muss man dann eben sehen, wie viele Stunden wird noch gearbeitet. Wenn ich auf 50% Kurzarbeitergeld gehe, hat der Arbeitnehmer 50% der vollen Vergütung und von den restlichen 50%, also bei einem 8-Stunden-Tag, 4 Stunden volle Vergütung und 4 Stunden erhält er dann, die er nicht arbeitet, erhält er Kurzarbeitergeld. Das sind 60% bei ledigen, beziehungsweise 67%. So wird das mit dem Kurzarbeitergeld berechnet. Was ist, wenn der Arbeitgeber mit dem Kurzarbeitergeld nicht zurück, nicht zurande kommt und über Kündigungen nachdenkt? Kann ich einem Mitarbeiter zum Beispiel, weil er an Corona erkrankt ist, kündigen? Das wird in der Regel nicht gehen. Wenn ich einem Mitarbeiter krankheitsbedingt kündigen will, muss ich darlegen, dass er wirklich dauerhaft aufgrund der Erkrankung nicht in der Lage ist, seiner Tätigkeit nachzugehen. Das ist im Fall von Corona in der Regel nicht so. Wir haben eine Erkrankungsdauer und danach gehen wir alle davon aus, dass die Erkrankung überwunden ist und der Mitarbeiter wieder voll arbeiten kann. Von daher scheidet im Normalfall eine krankheitsbedingte Kündigung sicherlich aus. Was ist mit betriebsbedingten Kündigungen? Wir haben Betriebe, die fahren auf Null runter. Wir haben Betriebe, die haben nur noch in ganz beschränktem Umfang die Möglichkeit, ihrem Geschäft nachzugehen. Kann der Arbeitgeber daher aus betriebsbedingten Gründen kündigen? Das hört sich im ersten Moment so an, als wenn das durchaus möglich wäre, aber ganz so einfach ist es nun doch nicht. Es gibt verschiedene Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und der Länder. Oder, das ist nochmal ein Thema, über die wir einen weiteren Vortrag machen werden, die die Unternehmen stützen sollen, damit sie eben nicht in die Krise geraten, beziehungsweise die Krise auch wirtschaftlich überstehen können. Der Arbeitgeber muss dann also darlegen, dass es dringende betriebliche Erfordernisse gibt, warum ich einem Mitarbeiter kündige und dass es keine andere Möglichkeit gibt, außer der Kündigung. Das wird oftmals nicht ganz so einfach sein, in verschiedenen Fällen sicherlich auch möglich. Aber per se kann man nicht sagen, aufgrund der Corona-Krise sind betriebsbedingte Kündigungen durchaus und durchweg in der Regel möglich. Das wird man so sicherlich nicht behaupten können. Auch hier ist jeweils eine Prüfung im Einzelfall notwendig. Wenn wir euch hier weiterhelfen können zu Fragen des Arbeitsschutzes, Kurzarbeitergeld oder Kündigungen, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse findet ihr hier nach. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank.